Hallo und willkommen zum Video. Meine Meinung zur Solo-Astabas-Story. Erstmal zur Story des Films. Der Film erzählt die Origin-Story, also wie Han Solo zu Han Solo aus Episode 4 wurde. Der Film spielt zwischen Episode 3 und 4, also 5 Jahre nach der Machtübernahme durch das Imperium. Nun zu meiner Meinung zum Film. Der Film beginnt mit einer langweiligen Verfolgungsjagd mit Han und es werden diese unnötigen Mürfel gezeigt. Poxy, der erste Schurke, wird einfach in dem besiegt, dass man ihn mit Licht verletzt, was viel zu einfach war. Seine Flucht vor Poxy's Leuten ist ganz in Ordnung, endet aber mega dumm. Wie Han und seine Freundin, also seine Frau, die Kontrolleuren mit Koatium bestechen, ist auch nicht gerade gut. Weil sie weiß, dass schon der Besitz strafbar ist und trotzdem nimmt sie es an. Die Erklärung, dass sein Name Solo lautet, dass ein Imperialer Offizier ihm den Namen gegeben hat, ist einfach nur schlecht. Die Kriegsszenen von Han mit dem Perum fand ich ganz gut. Aber wie Han sich verhält, das passt nicht zu dem Han aus Episode 4. Die Einführung von Chewbacca als gefangener Muki, der Menschen frisst, der Menschen frisst, ist nicht gut. Denn Chewbacca aus Episode 4 war nett und freundlich. Klar, er war ein bisschen angriffslustig, aber sonst ganz nett. Chewbacca hört auf, gegen Han zu kämpfen, bei der er anfängt, mit ihm Muki zu sprechen. Wie dämlich ist das bitte? Denn Chewbacca kann problemlos Menschensprache verstehen. Die Szenen, wo Han mit anderen Leuten einen Zug überfällt, um das Koatium zu klauen, sieht ganz gut aus. Die Musik, die während des Kampfes zwischen Solo und den Feinden spielt, ist einfach mega unpassend. Die Kampfszenen sind ganz in Ordnung. Frio und Bale sterben, doch das juckt mich nicht, weil man die beiden überhaupt nicht kennenlernt. Die Explosion des Koatiums sieht einfach nur schlecht aus. Die Band von Dryden ist einfach nur Blödsinn. Und auch wie Han ihn dazu bringt, ihnen eine zweite Chance zu geben, ist nicht gut. Die Spielszene, die Spielszene, die Spielszene, wo Lando Han besiegt, fand ich gut. Die Information, dass Ora Sing getötet wurde, indem sie von einer Brücke gestoßen wurde, fand ich nicht so gut. Ora Sing ist die Kopfgeldjägerin aus Clone Wars, die Boba Fett dabei half, sich an Mace Windu zu rächen. Wir sehen mit Elfri den schlechtesten Kater in Gran Star Wars, ein Druide, der für Druidenrechte kämpft und mega nervig ist. Es hat mich doch gefreut, den Melendium Falken zu sehen. Wie Lando den Hyperraum beschreibt, ist falsch. Es ist einfach nur Quatsch, dass Lando in Elfri verliebt ist. Natürlich trägt Lando den Helm aus Episode 6, wo er sich als Mitglied von Jabba's Bande tarnt, als Fanservice. Die Szenen mit den Pikes fand ich gut. Zur großen Freude aller Star Wars Fans stirbt Elfri bei der Aktion, das Kroatien zu stehlen und die Gefangenen zu befreien. Es ergibt nur Sinn, dass Chewbacca in diesem Film 190 Jahre alt sein soll, denn er überlebt bis Episode 9 und altert nicht im Aussehen. Denn er sieht immer gleich aus und nicht wie einer, der über 200 Jahre alt ist. Natürlich wird Tatooine als Easter Egg erwähnt, der Kampf gegen Dryden ist richtig gut. Wir sehen, dass Kyra, die Freundin von Han, für Darth Maul arbeitet, was nichts bedeutet, weil Maul nicht in Episode 4 vorkommt. Am Ende sehen wir, wie Han im Spiel gegen Lando den Falken gewinnt und sich aufmacht, um für Jabba zu arbeiten. Mir könnte der Film und die Charaktere nicht egaler sein. Niemand wollte diesen Film. Man merkt überhaupt nicht, wie Han und Chewbacca Freunde wurden. Wie Han und Chewbacca Freunde wurden und auch wie Han und Lando Freunde wurden. Der Film ist unnötig und die Story ist einfach nur schlecht. Zudem haben wir in Episode 4 nie von dem mächtigen Kroatium oder von Christendom gehört. Dieser Film ist der schlechteste Star Wars Film, Film Zuck Zuck Zucka, Episode 8 ist besser. Ich habe den Film auf Disney Plus für dieses Video angesehen. Beim ersten Mal schauen des Films habe ich ihn auf ProSieben gesehen. Das war es auch schon mit dem Video meiner Meinung nach Solo A Star Wars Story. Danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Tschüss. Danke fürs Zuck Zucka.